hey ihr lieben da ist wieder eure katrin mit einem weiteren review für euch und heute steht mal wieder ein zufallsfund den ich bei meiner shopping tour im internet entdeckt habe rein zufällig ja und zwar von dino star der psittakosaurus das ding verblüfft mich total denn es ist unglaublich fein gearbeitet ja ist aber dennoch ein spielzeug und auch gar nicht mal klein ja mit 19 1,5 cm länge und einer gesamthöhe von circa 8 1,5 cm mich verblüfft dieses ding total und ich frage mich wie viel könnte man aus diesem modell noch herausholen wenn man ihn noch etwas lebensechter bemalen würde ja also ich denke eine ganze menge doch schauen wir uns dieses modell mal aus der näher an da haben wir schon mal den kopf in der nahe ansicht das auge ist unglaublich sauber gemalt und auch wenn es so vermuten lässt nein der kiefer ist nicht beweglich er hat das maul leicht geöffnet er hat natürlich ziemlich knallige farbtöne bekommen ja mit diesem grell orangen schnabel und dieser gelben spitze da vorne dran und die sind doch eher pastelltönen und so mit denen er besprüht wurde gemalt wurde ja und die details sind auch noch recht verblüffend wenn man sich das mal so anschaut er ist recht fein gearbeitet wirklich ein bemerkenswertes modellchen ja der kopf von der unterseite also ich finde den einfach nur faszinierend wie der gemacht ist ja schon sehr speziell dinostar die firma konnte ich vorher noch gar nicht und schaut euch nur die hände an meine güte die händchen und die krallen die sind wirklich winzig winzig klein da wird hier auf allen vieren gezeigt nun wie er da so läuft und auch die fingerchen die gemacht sind ja verblüffend von der unterseite noch mal sehr 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 speziell hier sieht man noch ein bisschen seine färbung recht hell gemacht mit ein paar zarten flecken noch dazwischen das bäuchlein er wirkt im großen und ganzen recht glatt hier ist noch ein bisschen die brust hier ein bisschen knorrig da ist noch ein schriftzug zu sehen dinos da und ich könnte mir vorstellen könnte mir noch vorstellen dass diese symbole da psittacosaurus bedeuten ja absolut bemerkenswert der kopf von der anderen seite sehr ist wirklich erstaunlich gut gemacht muskulöse arme das körperchen von der anderen seite und hier hat hier so minimal so ein paar osteoderme auch recht schicken das oberschenkelchen kräftigen waden die schuppen die sind hier noch sehr schön gemacht ja auch wenn das hier wie farbabrieb aussieht nein der ist hier noch ein bisschen weiß weiß gemalt worden und dann hier die füßchen die sind wirklich ganz ganz zart und fein ja und wenn man mal so schaut die zähne selbst wie die gemacht sind ja wirklich sehr vogellike ganz dünn und fein ich könnte mir vorstellen dass die noch schnell brechen ja und die krallen sind winzig winzig klein dann die schuppen hier so an den spannen hier sieht unglaublich gut aus ja extrem gut modelliert die füßchen von der unterseite sieht man die einzelnen ballen sogar absolut bemerkenswert und noch mal von der anderen seite wirklich erstaunlich wirklich verblüffend wie der gemacht ist dann kommen wir auch schon zum schwanz und der hat ja wirklich eine lange proto federfahne die auch noch sehr kreativ umgesetzt wurde auch in einem ziemlich knalligen orange besprüht auch mit minimalen details noch drauf und so ja sonst hier noch mal mit seiner bemusterung hier unterseite sehr viele hautfalten hier ja gerade auch bekommen sehr speziell alles in allem ein unglaublich schönes modellchen hier noch mal direkt von vorne ist wirklich absolut präzise gemacht orientiert sich so an die neuesten erkenntnissen außer von seiner farbgebung her wirklich erstaunlich der kopf von oben ist sehr keilförmig das körperchen von oben also er ist wirklich durch und durch schön gemacht absolut erstaunlich und so sieht der kleine kerl dann einmal von vorn aus so einmal von der rückansicht und man sieht er hat eine ziemlich dynamische pose ja dann einmal in der ansicht von oben und in der ansicht von unten wunderschönen wunderschönen damit ist dieses kleine modell auch schon gezeigt ja und wenn ich ihn wieder finde verlinke ich euch den gern noch mal in der video beschreibung weil ich finde der lohnt sich den muss man einfach haben und mal sehen vielleicht repainte ich den irgendwann und verpasse ihm dann noch eine etwas lebensechtere farbe und so ja aber mal sehen wie ich auch die zeit dazu finde der ist einfach nur schön damit klinke ich mich auch schon wieder aus sagt tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt review time unboxing time besucht man time bei kathrin bis dann ihr lieben bis dann